So, da hoch geht es jetzt zu meinen Kunden. Das ist die Zufahrt, wollen wir mal. Es ist immer mega da hoch zu fahren. Wir müssen nämlich genau zum rechten Weg benutzen. Auf gehts. Offroad mit dem Kühler. Ich glaube es gibt es etwas. Die einzige Möglichkeit da rum zu kommen, bei der anderen Weide kommt man nicht an. So, das war der Strasse nach oben. So, da geht es nochmal nach oben. So lässt sich da an. So. So, hier haben wir. Reines drauf. Hier ist es sehr gut. Auf geht's. I will go. Die Himmelszeit. Der Winter sitzt ja jetzt sicher hoch. Aber jetzt ist es auch immer. Oder angehenden Sommer. Das ist ja geil. Was ist toll?